Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals, heute mit dem besten Gaming-PC für 900 Euro im Juli 2015. Mit diesem PC sollte es möglich sein, alle aktuellen Titel in sehr hohen Einstellungen mit Full-HD-Auflösungen und 60 Bildern pro Sekunde spielen zu können. Als CPU setzen wir dabei auf einen Intel Xeon E3-1231V3 mit 4x3,4 GHz. Dieser Prozessor ist quasi ein aktueller Core i7 ohne integrierte Grafikeinheit. Er hat ebenfalls 8 MB L3-Cache und unterstützt Hyper-Threading, sodass er in Multi-Core-optimierten Anwendungen einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil hat. Seine Spiele-Performance liegt in etwa auf dem Niveau eines Intel Core i7 4790 bei einem ca. 50 Euro günstigeren Preis, womit er in Sachen Preis-Leistung kaum zu schlagen ist. Damit unser System auch bei Last angenehm leise und kühl bleibt, kommt ein EKL Ben-Navis-Prozessor-Kühler mit 120mm-Lüfter zum Einsatz. Das Mainboard ist ein ASRock K97 Anniversary Edition. Es bietet mit PCI-Express 3.0, 6 SATA-3-Anschlüssen, USB 3.0, Gigabit LAN, 4 RAM-Bänken und 5 weiteren PCI-Steckplätzen eine sehr gute Ausstattung mit vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten. Als Grafikkarte setzen wir auf eine AMD R9 390 Nitro von Sapphire mit satten 8 GB GDDR5-Speicher. Diese Grafikkarte ist ein Rebrand der alten R9 290 von AMD, bietet aufgrund der angehobenen Taktraten jedoch deutlich mehr Leistung und liegt eher auf dem Niveau einer R9 290X bzw. einer GTX 970. Außerdem sind wir mit den 8 GB Grafikspeicher sehr gut für die Zukunft gerüstet. Als Alternative von Nvidia wäre meine Empfehlung eine GeForce GTX 970 Jetstream von Palit. Diese Karte ist nur minimal langsamer als die R9 390, bietet aber nur 3,5 GB Grafikspeicher, weshalb ich persönlich die R9 390 vorziehen würde. Der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB und kommt von Crucial, die Festplatte 1 TB und kommt von Seagate. Ausreichend Energie für unser System stellt das 500 Watt LC Power Gold Series zur Verfügung. Das Gold Series ist ein sehr hochwertiges Netzteil, das mit allen nötigen Schutzschaltungen kommt und in Sachen Effizienz teilweise Platin zertifizierte Netzteile in den Schatten stellt. Zu guter Letzt werden alle Komponenten im Bitfenix Shinobi Midi Tower untergebracht. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Gehäuse benutzen, achtet einfach darauf, dass es einer 31cm langen Grafikkarte und einem 14cm hohen CPU-Kühler Platz bieten muss. Die Links zu allen Komponenten und Tests findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Hardware Deals.